Es ist schon so lange her, dass ich mich kaum mehr erinnern kann. Die Zeit vergeht schnell. Sie hat mich verändert und hat mir eine grosse Verantwortung gegeben. Seitdem konnte ich nicht mehr stillstehen. Ich habe viel Wärme und Geborgenheit geschenkt, dafür gesorgt, dass alles läuft und mich immer wieder neu erfunden. Nur wenn man viel ausprobiert, kann man Neues entdecken. Wir brauchen Antrieb im Leben, damit es weitergeht. Ich habe immer versucht, mit der Zeit zu gehen und mich den neuen Situationen anzupassen. Wir müssen umdenken und loslassen für neue Wege. Es gibt fast keinen Ort, wo ich nicht bei dir bin und dir Sicherheit gebe. Zeit aufhalten kann ich natürlich nicht. Aber ich kann sie speichern. Es ist schön, wenn man wirklich gebraucht wird im Leben. Ich bin immer hier. Jeden Tag. Deine Energie. Man will mir singen. Und du gesehen hast. energy.ko